Wir schauen uns jetzt mal ein Bild von dir an. Behind the Scenes heißt das Ganze, wir haben nämlich ein altes Bild von dir rausgesucht, aber auf deinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Ja scheiße, muss ich mal gucken, was ich da gepostet hab schon wieder. Pass auf, pass auf. Du musst mal erzählen, aus welchem Jahr das war. Hier, Daniels. Haha, das muss irgendwann 97 gewesen sein, 96 vielleicht sogar. Das bist du? Genau, der mit den Dreadlocks da oder die mal Dreadlocks werden. Genau, das bin ich, noch ohne Brille, da konnte ich zwar noch nicht, also trotzdem nicht gut sehen, aber ich fand eine Brille mal scheiße. Ja und der andere dürre Typ ist tatsächlich Sido, man mag es nicht glauben. Noch ohne Maske, das war noch vor der Maskenzeit? Das war noch vor allem. Weißt du noch, wo ihr das Foto aufgenommen habt? Ich hab keine Ahnung. Aber ich kann mich an das Trikot hier noch erinnern, das hatte ich mal von irgendjemandem, glaube ich, abgezogen. Das ist ein Starter-Eishockey-Ding. Das fand ich damals immer ganz geil, hat mich ein bisschen breiter wirken lassen. War ja nix dran. Kommt immer mit dem Alter, glaube ich halt, ne? Ja doch, aber das war schon eine geile Zeit. Und der da in der Mitte, das ist auch einer von der Sekte, ist Kimber, ne? Okay. Der weiße Löwe. Okay. Der hat damals auch immer sehr gerne mitgerappt. Ja, geil. Ja. 97. Irgendwie sowas, ja. So alte Dinger haben wir hier rausgegraben.